Mein Name ist Wiebke Schatzschneider und ich betreibe ein Spezialitätenfachgeschäft für Vermögensanlage und Vermögensaufbau. Ein Spezialitätenfachgeschäft zeichnet sich durch drei Dinge aus, nämlich eine sehr gute und fundierte und qualifizierte individuelle Beratung, das ist mir sehr wichtig. Ich habe Spezialitätenprodukte im Bereich Energie, im Bereich Immobilien, im Bereich Fußball zum Beispiel und ich biete einen besonderen Service, nämlich die Tatsache, dass ich in Verträge reinschaue und Kunden wieder zu ihrem Recht verhelfe, Verbrauchern zu ihrem Recht zu verhelfen und zu ihrem Geld natürlich.